so und es ging gar nicht weiter hoch wie jetzt wir sind schon ganz oben das war noch die alte nachricht ja dann müsste hier die kommode irgendwo sein oder sieht aber nicht so wo war die kommode dann weil die doch im keller ja eigentlich war ich mir ziemlich sicher dass die hier oben war aber hier ist nix das ist eine falle was 20 punkte so ausmachen können aber mit krims krams zum verkaufen na gut dann geht es halt wieder runter hier sehr komisch so noch mal runter im eingangsbereich war es auf keinen fall hier so muss es wohl doch hier unten gewesen sein komisch komisch ja stimmt hier unten sah es ja auch ziemlich edel aus obwohl es der keller ist da unten ja genau da unten war es wir dürfen nur nicht den geraden weg nehmen weil die fallen waren obwohl jetzt haben wir hier power in koko power immer die jetzt hoffentlich die ganzen fallen entschärfen kann da waren die fallen des todes die dreimal blitz zweimal feuerball löscht die ganze party ausfallen so und jetzt find die bitte auch am besten gleich alle damit du nicht auf dem weg da hinten wo rein tappst so das war mehr als eine das glaube ich jetzt nicht zwei eher vier ja vier war gut geschätzt ich hoffe mal dass es ein wegfallen sind und verbrat unseren letzten magie schutz trank ich gehe noch mal ein bisschen weiter weg so ja das schützt wie man sieht nicht hundertprozentig gegen magie aber ohne ihn wäre tot gewesen so jetzt gehen noch mal gucken im wohnen total angekugelte geschmolzene rüstung immer noch vier fallen ja das war leider umsonst das ist ja garstig nächstes level ab 40.000 erfahrungspunkte ja nee das werden wir in diesem spiel nicht mehr schaffen denke ich kann man daran vorbei ja kann man wenigstens ein paar fallen entschärfen können aber es bringt ja auch nicht viel die scheint genauso schwer zu sein wie die anderen auch also dann schlechte mir dran vorbei und wir gehen den weg außen rum obwohl hier war ja in der verbindung gehen wir halt so rum und decken gleichzeitig das neue gebiet hier auf so also alle machen dahin und irgendwo muss immer noch der schläge stil oder was das ist sein schlägegriff also wusste ich doch dass die tonne ein bisschen suspekt aussieht so macht platz so und kombinieren konnten wir das ganze in der schmiede da oben flitz flitz aber das war echt gerade komischer zufall ich habe schon ein zweimal sachen nachgeguckt um in dem wo das play through halt weiter zu bringen wie das anwesen von oberon aber das gerade eben war echt ein zufallstreffer auch wenn der platz wo er sein konnte langsam ganz schön eingeschränkt war genau warum benutzt du schon wieder deine armbrust genau einfach da lang und gyrogon macht zu lang den schläge da gong schläge ist jetzt repariert und kann benutzt werden ihr könnt jetzt nichts mehr mit dem anboss anfangen hm ein weg am boss na gut der gong war da eine ecke na gut dann gehen wir da zum gong und dann da zu der truhe oder kommode oder was auch immer paar güle die können nichts sterb 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 vier detonation fühlen wir uns anscium tief folgen demolition kippen ist eine Zimmer das drehen fless krank krank einer Okay, zugiges Schlafzimmer kommt mit auf die Liste. Nein, du sollst da weiter suchen. Waren wir hier nicht schon mal in so einem ganz langen Gang, wo dann die Blitzfalle war? Oder bilde ich mir das jetzt noch ein? Nee, 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 nee. Hier waren wir schon mal. Aber sie sieht keine Falle. Schön langsam. Nein, nein. Ja. Letztes Mal abgespeichert ist auch eine Weile her. Ah, ärgerlich. So, 72 ist 149,6. 149,8. Und ich nehme mal stark an, dass die Fallen in eine Etage tiefer noch nerviger werden. Wir hätten hier das Add-On einfach überspringen sollen, direkt sobald das G2 gehen. Aber naja, so sind wir auf jeden Fall besser vorbereitet für den Rest der Hauptquest, wenn wir ihn danach anfangen. Damit wir die Hauptquest schön in einem Rutsch durchgehen können. So, du machst jetzt nochmal den Schlägel. Da. Und alle mal dahin. Und dann da die Bule töten. Einfach rein da und alle rauchen. So. Wir wollen. Diesmal gehst du noch langsamer als vorher. Naja, wir wissen ja, worum ungefähr die Falle ist. Die war bei diesem komischen braunen Dings da. Na, das war wenigstens leicht. Ah, da könnte noch eine zweite sein. Wenigstens war sie leicht zu entschärfen, wollte ich gerade sagen. Oh, du solltest auch vor dich gucken. Nicht rückwärts gehen. Willst du mich veralbern? Ja, Moonwalk. Ah, also. So, da ist der Gong. Okay. Keine Falle mehr. Ah, schaut so aus. Ja, hier waren wir überall schon. Äh, okay. Du springst wohin? Direkt daneben. Na gut. Alle machen rauf da. Du nimm mal dein Kutschwert. Und falls du vergiftet wirst, hast du jetzt ja einen Trank. So, lass mal die Krieger durch. So. Warte, bis sie tot ist und dann dein Trank. Zack. So muss das laufen. Keine Tote, nur weil kein Trank dabei ist. Oder keine Highlighter, nee. So. Gong. Auf dich. Es macht kein Geräusch. Ihr könnt jedoch eine leichte Schwingung spüren. Hm. Na gut. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich mit dem Schlegel auch den Schalter benutzen kann bei der Maschine. Die Maschine war nämlich da. Sonst wäre das echt ärgerlich. Hätte ja auch gut sein können, dass man erstmal den Spiegel, Schlängel, äh, was auch immer das war, benutzen muss. Den Schlegel danach mit dem Kopf verbinden muss, um dann den Gongschlegel zu haben. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Vor dem Kombinieren benutzen. Mit der Maschine. Aber nee. Das können die Programmierer nicht bringen. So. Da runter. Ah. Was? Das meine ich mit den Pfeilen. Alle bleiben stehen. Ähm. Oder auch nicht. Alle laufen weg. Wir waren hier doch schon mal. Oder sind wir immer... Nee. Wir müssen da lang gegangen sein. Sonst wären wir nicht in den Raum rein und wieder raus. So. Immerhin Fallen suchen. Stell dich mal da hin. Ihr lasst sie durch. Und heilt so lange mal hoch. Immerhin. Wozu Hölle? Was machst du da? Da lang. Ich weiß schon, warum der Zwerg wahnsinnig geworden ist. Oh. Voll entschärft. Oh toll. Also die alte zerbrochene Waffe brauchen wir wahrscheinlich den auch nicht. Da kommen die auch schon mal weg. Gongschläge. Der sieht aber auch wie ein Schalter aus. Aber zumindest ein Hebel. So. Und nochmal eine Heilung für Immoen. Nur für den Fall, dass hier eine Falle reintappt. Und hier sind wir jetzt irgendwo Feinden. Genau. Oder nur eine große und beide standen einfach drin. So. Dann heilen nochmal kurz Minsk. Und du heilen nochmal kurz Kallet. Und du suchst weiter nach fallen. Okay. So. Geh rüber und kann sich mal an der Kommode dazu schaffen machen. Ja. War die richtige. So. Was haben wir hier? Einen Schalter für einen Motor. Na gut. Dann war es wohl doch nicht der Gong, Stegel, Spengel, was auch immer. Die kann da hin. Du kannst zu irgendjemand anderem. Kannst du wenigstens das da lernen. Nö. Warum auch. So. Was war hier noch? Fünf Kugeln. Ach nö. So. Und jetzt ab zur Maschine. Speichern. Für den Fall, dass irgendwie dann eine Falle auftaucht, die nicht da hätte sein sollen. Oder Phasenspenden. Und jetzt bist du aber alleine. 1.400 durch 6. 200. Er schießt mich tot. Dann brauchen wir hier bloß noch 2.000 von den Spinnen. Nee gar nicht. 200 von den Spinnen für ein Level-Up. 4.000. Nee. Jo. Die Tür haben wir doch vorhin aufgemacht. Der Turm ist echt verflucht. Durlack läuft hier bestimmt drin rum und macht die Fallen immer wieder aktiv. Und schließt Türen. Und hey. Du musst da lang. So. Den Schalter. Sieht aber irgendwie aus wie ein Horn. Aber gut. Der Schalter war da. Da lang ist glaube ich kürzer Gerogon. Da. Da lang. Und. Ja. Der Motor beginnt leise zusammen. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zur Weinpresse. Bis zum Beispiel Gerogon läuft jetzt alleine hin. Damit der ganze Rest nicht irgendwie den anderen Weg nimmt. Bumm. 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 Und Weinpresse. Ihr seid zu weit entfernt. Ich stehe direkt drinnen quasi. Ihr legt die Trauben in die Presse und fangt ihren Saft in einer Flasche auf. Flasche Wein. Ne. Flasche Traubensaft. Hm. Na gut. Den sollten wir jetzt nicht trinken. Sondern die ganze Gruppe geht jetzt mal in den Maschinenraum. Und von da aus können wir dann zurück in den Hauptraum. Ja. Alle schön hintereinander. Okay. Und jetzt alle schön in den Hauptraum. Nein. So. Ich habe das irgendwie nicht so schlimm in Erinnerung gehabt. Mit dem Pathfinding von den Leuten hier. Aber gut. So. Du wolltest weinen. Ihr habt des Rätsels Lösungen. Ich bin die Furcht. Ich werde euch an dem Ort der Verdammnis zerstören. Ah ne. Er wollte aufgeweckt werden.